Musik Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Star Stave Adventskalender. Wir öffnen heute Türchen 25 und 26. Ich hab schon mal geguckt, wo die sind und ich bin mal gespannt, was wir jetzt da drinnen finden. Wir öffnen erstmal Tür 25. Oh, gutes Geschenk. 300 Star Coins für dich. Frohe Weihnachten. Diese Coins ist 48 Stunden lang gültig und muss bis Mittwochnacht am 26. eingelöst werden. Okay, das ist ein sehr, sehr geiles Geschenk, muss ich echt sagen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß damit mit 300 Star Coins. Also ich hab damit auf jeden Fall meinen Spaß und freu mich darüber. Aber, okay Leute, dann gucken wir jetzt mal, oh ich bin selber total happy, 300 Star Coins. Cool. Okay, dann gucken wir jetzt mal ein Türchen 26. Mal gucken, was da cooles drin ist. Oh, jetzt haben wir die Weihnachtsstiefel für unseren Charakter. Das finde ich natürlich auch total gut. Ich sage, wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder mit den Stiefeln und wünsche euch sehr, sehr viel Spaß mit den 300 Star Coins. Ich kann sie so gut gebrauchen. Ich sag erstmal tschüss und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. So, wir sind jetzt wieder, wie immer, in unserem Briefkasten und holen erstmal unsere Sachen raus. Ja, die nehmen wir auf jeden Fall an. So, dann wollen wir mal gucken, wie das ganz kurz aussieht. Wir haben uns auf jeden Fall jetzt ja noch die restlichen Sachen angezogen. Ja, so sieht das aus. Also ich finde das total schön. Was fehlen uns denn eigentlich jetzt noch? Ich glaube, die Bandagen haben wir die jetzt schon bekommen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Genau, die Bandagen sind noch nicht von Weihnachten. Ich hoffe, dass wir auf jeden Fall die Bandagen noch bekommen. Uns fehlen auf jeden Fall auch noch die Handschuhe. Ich hoffe natürlich, dass ich die noch bekomme. Ich wünsche euch auf jeden Fall aber weiterhin sehr, sehr viel Spaß. Besonders mit den 300 Star Coins. Also ich habe sie auf jeden Fall bekommen. Das sieht man ja. Also vorhin nur 328. Jetzt habe ich 628. Finde ich total schön. Kann ich sehr, wie gesagt, sehr, sehr gut gebrauchen. Brauchen nicht mehr so viel lange sparen. Für ein neues Pferd. So, ich wünsche euch, wie gesagt, wie immer sehr, sehr viel Spaß. Mit den neuen Stiefeln und natürlich mit den 300 Star Coins. Also ich bin gespannt, was morgen und übermorgen drin ist. Ansonsten wünsche ich euch sehr, sehr viel Spaß noch damit. Und ich gebe dir dran, da kann es nicht gleich raus und spatzen. Also das werde ich auf jeden Fall machen. Ich sage erst mal Tschüss und viel Spaß noch.